Pardos gegen Aeneas. Sind die Kämpfer bereit? Traker sind bekannt für hinterhältige Angriffe. Ein Drehungsangriff. Kaum zu sehen für den Mumelo. Der Stich ging über den Rücken. Der geneigte Zuschauer sieht, dass der Traker seine Waffe links trägt. Oh, ein Schlitt des Trakers zur Seite vom Mumelo. Das sind übrigens zwei voll ausgebildete Gladiatoren, die da gegeneinander kämpfen. Weiß gegen Rot. Wollen wir das zusammen mal üben? Weiß, 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 weiß. Jetzt durch die Anfeuerung kommt der Traks nicht mehr durch die Deckung. Starten!